Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum 67. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir lernen, was ein eingebettetes System ist. Hierzu lernen wir. Ein eingebettetes System, Embedded System, ist ein elektronischer Rechner oder Computer, der in einen technischen Zusammenhang eingebunden ist. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank.